gut, alle da, können die hinteren auch was hören? ja, ich höre sie lauten drücklich gut, Tag Männer, wir kommen im Vietnam am 24. Juni 1969 um jetzt 0850 Minuten zum Auftrag und zur Lage, folgende Feindlage, die Feindlage ist unbekannt, wir haben Vietkong im ganzen Dschungelbereich um die Air Force Base Song Khu, auf der wir uns gerade befinden der Vietkong nutzt den Schutz des Dschungels und Charlie versucht hier die Region zu destabilisieren bzw. haben das schon geschafft und sind weiter da dran, operieren aber nur rein aus dem Dschungel heraus unsere eigene Lage ist, wir haben Truppen nur innerhalb des Air Force Base Bereichs Song Khu wie gesagt, der wir uns gerade befinden, nämlich ganz im Norden davon wir haben auch einzelne Patrouillen unterwegs, immer wieder, jetzt sind wir aber die einzige Patrouille, die operiert das heißt, wir sind quasi gleichzeitig so ein bisschen Base Schutz unser Auftrag heute ist es, wir sind der Zug Bulldog Bulldog führt durch eine Fußpatrouille mit Minenräumung, dafür haben wir unseren Yuki dabei als Explore Specialist, mit zwei Trupps, nämlich den Trupps Alpha und Charlie und dem Zugelement das ganze sofort nach Ausrüstung wo um den Nahbereich Song Khu Air Force Base, um so die Präsenz in diesem Raum zu zeigen und dementsprechend für die Stabilisierung des Raumes beizutragen zur Durchführung wie schon gesagt, es geht erstmal keiner an die Ammo Box, FTL Einweisung folgt dann gleich dementsprechend im Anschluss, bzw. die beiden FTLs Alpha, Charlie und die drei Mann vom Trupp Bravo bleiben bei mir zur Einteilung, Alpha, Charlie bleibt ganz normal, wie sie jetzt sind Bravo werde ich dann separat einweisen und wird mein Zugtrupp, Schrägstrich Mitteltrupp, dazu aber gleich mehr zur weiteren Durchführung, wir werden hier starten, Song Khu Air Force Base, gleich nochmal mit den FTLs, sodass das schon mal alle wissen Erstes Ziel ist der Song Khu Tempel, wir werden da einem Pfad folgen, diesen Pfaden müssen wir von Minen räumen Von Song Khu Tempel geht es weiter Richtung Osten, Richtung Tietruong, da folgen wir auch einer breiteren Straße Richtung Südost für ca. 600 Meter da auch räumen Von Song Khu Tietruong geht es wieder nach Westen, zum Bomb Target Bravo, da hat die Air Force irgendwas weggebombt, wir wissen aber selber bis jetzt nicht was es ist, da sollen wir ein Battle Damage Assessment durchführen Von dort geht es weiter Richtung Südwest Stört euch nicht an diesem Marker, da komme ich nachher zu Richtung Südwest, bis wir wieder auf eine Straße treffen, südlich der Song Khu Air Force Base, eventuell werden wir zwischendurch Repenishment an der Air Force Base durchführen, falls benötigt Sobald wir auf die Straße treffen, haben wir noch einen kleinen Abzweig zu machen zu Muah Sam und da die Lage checken, was da los ist Feuerstart ist auf jeden Fall erstmal gelb, das heißt, wenn aufrecht geschossen wird, dürft ihr zurückschießen Ansonsten erstmal Feuer halten, gerade wenn wir auch Zivilisten im Bereich haben Aber wie gesagt, der Vietkong operiert aus dem Dschungel heraus Zu weiteren taktischen Vorgehen gleich mit den FTLs Wir haben keine Einsatzunterstützung Führungsunterstützung überlege ich mir gleich noch, ob wir Funk benutzen oder nicht Wie gesagt, Einsatzunterstützung haben wir keine, außer eben dementsprechend Munition, Medic-Kram etc. hier in der Base an dieser Ammo-Box und den dahinterliegenden Medic-Materialien Bravo Ja Gut, dann mit rund kommen, dementsprechend neue Richtung, so ungefähr 50 Grad Ich ziehe den Weg voraus Okay, rechts noch ein bisschen schneller ranziehen Okay, Alpha links noch ein bisschen Abstand machen, wir haben jetzt den Weg Richtung 40 Grad Scheiße, in dem Raum fällst du da nicht Alpha nach links ausweichen Nach links ausweichen, ein bisschen mehr Abstand zum Kontakt vorne, Kontakt vorne Kontakt vorne, Kontakt vorne Ich bin auf dem Ball Ich bin auf dem Ball Ich bin auf dem Ball Ich habe Kahn verloren Wo ist Kahn? Da vorne ist eins der Link Ich habe mich jetzt gerade erwischt Alles gut bei dir, oder? Äh, Handgranaten Beinrot Äh, Monty, Kahn, ihr steht hier voll im freien Umfeld vom Fall Ja, 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 Kahn, zurück, zurück, zurück So, wie du warst? Ja Ich bin auf dem Ball Pass auf, das war's Wow Ich bin auf dem Ball 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 Ja, ja, das hat mich nicht so schlimm getroffen So Gleich bist du wieder kampfbereit Das wird ja momentan auch versprochen gesucht Ach 5, 4, 3, 2, 1 Hast du noch Schmerzen? Ja, nee, perfekt Alles klar, dann Danke Kahn 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 Check Check! Alpha drückt vor! Alpha vorrücken! Alpha vorrücken! Land! Beint recht! Beint rechtseitig! Alpha bei euch, Nahbereich! Oh, Kahn! 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 Ah, da bist du! Ich such dich schon die ganze Zeit! Ja, ich musste hier links und rechts und herrennen! Wieso schießt der jetzt rechts nix mehr? Medic! 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 Fuck, wir sind wahrscheinlich zu weit weg von den Medics. Freck jetzt? Ja. Wo ist denn Yuki? Rechts? Ja. Ja. Weiß! Okay, Bravo! Rechts vor! 50 Meter! Check! Feuer eröffnen! Alpha, Deckung rechts! Kahn! Kahn! Einziehen! Einstellen! Rechts von mir! Zack, zack! Schnell gehen! Ja, bin drinnen! Feuern! Ja, bin drinnen! Feuern! So! Immer mit weg! Langsam vorgehen! Feuer kommt auf! Dann kommt ein auf! Zentrum gripp! Viergunt und Feuer! Entschuldigung! Tut mir gut! Dann kommt ein! Summen wir auf! Faktor! Wir thực nicht! Es wird in der Thun! Not die Kante! Monty, ich brauche noch mal ein Magazin. Ja, nehm ich um. Ja, ich bin nur auf dem Hauptplatz. Achso, ja. Okay, ja, okay. Wird klar. Danke. Bravo, rechts, wieder davor. Okay. Vorsicht, vorne eine schwere Waffe. Linke Seite möglicherweise. Back. Hab ich mitbekommen. Ja, weiter vor. Laufen, laufen, nicht stehen bleiben. Okay, hoch. Hier, zu mir. Danke. Halt mal vor. Weiter vor. Weiter nach vorne. Wie hinter dir? Ich bin gerade. Gerade. Da hinten wo einer direkt berücksichtigen sollte Aaaaaaah Klauben Ich glaube ein Scharfschützer oder? Knubber Das ist ein Karabiner Schickt Aaaaaah Ja, pass auf, wir haben eben nur noch einen Schweden Aaaaaah 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 Das Monty Möwig Wie läufst du denn rum? Ich bin schwer verwundet Das ist kein Wunder, da würde ich auch nicht rumlaufen Ich war bei Yuki Ja, ich bin hier Hä? Ich bin hier Ja, aber du warst ja vorhin noch vor mir Ja, ich war ja, ich bin die ganze Zeit hier vorne Am besten MEDIC Ja, doch Ich bin hier Ich bin hier Ich habe ordentlich was gefressen Ja, ich bin hier Ja, ich bin hier Ja, so ist gerade auf Alter Alter, mit was schießen die denn das ganze Ich bin hier 50er Kaliber 50er Kaliber Ich bin hier 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 Das ist auf 0 Grad Auf so einer leichten Erhöhung Links von dem großen Gebäude Aber noch ein bisschen HARDUZOI Ähm, okay Jetzt nochmal ein Feinschliff Ding lang Ja 4, 3, 2, 1 Fertig Ja, perfekt Danke Ich bleib mal hier Raven Wir müssen das Ding binden, damit die das flankieren können Äh So lange ist auch gut Garn Ich bin hier bei dir Ich bin hier Basis Ja Sieh mir jetzt Jedes Mal wenn ich hier links um die Ecke schaue, dann Das mag er irgendwie nicht Okay, Alpha und Spreckels und Yuki hier Stellung halten Ich versuch mit rechts mit Monty den Gegenangriff mit Bravo zu machen Jawoll Monty drück mir nochmal Magazin an Alpha Ja, warte Weiß ich Weiß ich Oh Oh Ja Du kriegst Drei Magazine Ne, ja Du hast Zwei Magazine gekriegt Ah, ne Dein Rucksack ist voll Kann ichs mal reinstecken Ein Magazin aus dem Krieg Ja Hier rechts Kade Ja 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 Ich hätte so gern Funk Ach, jetzt 40, ja? Ja, das wird nur Hardcore ohne Funk Ja, ist doch auch mal schön Ja, ist doch auch mal schön Auf jeden Fall Das ist ne Herausforderung Oh, scheiße Hier fehlt Er ist nicht dran, ne, er ist nicht mehr dran Hier vor uns im Wucht Hier fehlt Ja, alleine Ja, alleine Ah, hier Ah, Waffe ist leer Ja Kahn Monty Er ist tot Er ist tot Ja, ja, pass auf, das waren die eigenen, die auf mich geschossen haben, weil ich in deren Richtung geschossen habe Dann lass uns wieder zurückziehen Wir haben auf jeden Fall das 50er ausgeschaltet Hier fehlt Hier fehlt Kanna Lila Rauch auf diese Position jetzt Ich habe keinen Rauch Ah, ich führe aus Wohin? Ja, ein bisschen nach links, damit die eigenen wissen, dass wir hier sind Ja Oh, was geht ab? So, Rauch geht raus Ja, ich kann Rauch geht raus Danke Ja Irgendwer schießt er noch Könnt ihr uns gerade sichern? Ja, pass auf, nicht, dass die eigenen gleich Weil ich habe jetzt keine Verbindung mehr zu denen Alles klar Ihr müsst euch nur Gucken, dass ihr nicht von links halt eben dementsprechend gesehen werdet, dass ihr euch sehen können Ja Es gibt keinen ID dabei, ne? Da kriegen wir schon so einen Link an mir ran Kanna Hanna hier erstmal aufbauen Ich muss mal ganz kurz für sorgen Ja Ich brauche mal eine Näherung am Kopf Was soll ich machen? Geht jetzt? Wie wir nähen im Gefällt Halt Rät mit Kanna Ich habe nur den, den, äh, MG Schützen hier gesehen Ich meine die eigenen, als ich hier irgendwo hochgeklettert ist Ne, habe ich nicht gesehen, nein Geh schon mal vor Ich sehe sie nicht Ah, hier funktioniert den Hans Ah, okay Ich hoffe sie erschießen mich nicht Sicher, dass wir alles gesichert haben? Die linke Seite ist glaube ich noch frei von Sicherung, oder? Ja, ja, deswegen, ich will nur, dass die nicht auf mich schießen Ah, okay Ich bin hinter dir Ah, hier ist Gehfield Ja, sollte sauber sein Wir gucken, was jetzt noch die Tour war Zweite Gruppe Ja Passt auf, wo das andere MG ist Das müsste irgendwo da hinten noch liegen Ne, ich glaube das zweite MG ist eher da Ich würde, also ich würde sagen, das war direkt hinter dem Kopf, aber Oh Auf wen schießen wir? Keine Ahnung, schießt durch Holz durch Ah, hier ist, äh, Gehfields Truppe ist jetzt hier direkt, äh, Richtung Ne, ich meine Alpha Ah, keine Ahnung Ah, Richtung, äh, hier, da, äh, voraus Links ist sauber Links ist frei, wir haben das MG Alles klar Äh, habt ihr mal die Brücke gecheckt, wegen ID´s? Nein, wir sind durch den Fluss Eingelang Ah Du auch? Ha, ha, ha Chaos, schön, starten die Oh Oh Eingelang Schlade! Decke! Vorsicht! Kreuze! Oh Oh Fuck, du läufst nicht genau zu Ach, ich hol dich Ich hab gesagt, ich kreuze Ah Ok Ah Motti ist wieder da Ah Motti hat gesagt, der kreuzt Ist immer noch Kontakt vorne Alpha, links, ruft sich weiter vor, wir haben noch Kontakt Richtung 2 4 0 Ja, verstanden Alpha, weiter vor Na, ich veratze grad Speckels, nicht wegziehen Bravo, auch rechts, weiter vor Nicht wegziehen Besser in Deckung Ah 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 So Spreckels Herzmittel und Aufwachpille Medic Ja Frack Ja, Medic Hier, der Kollege Ist verarztet Ich glaub, der braucht jetzt nur noch Medikamente Der blutet auch noch überall Ne, der blutet überall Was? Wieso auf den Starten? Ok, dann hab ich keine Ahnung Ach Ja, ich fau direkt mit auf Ich versuch's nicht Ich weiß nicht nur, von wo der Schuss kommt Ich probier nur Ah, 2 4 0 Ja, alles klar Und wenn die beiden Jungs wieder oben sind, dann brauch ich auch Hilfe Ja, ja Ich teile mich Kahn, hast du noch Kontakt zu Alpha und Bravo? Hier ist Alpha, hier ist Alpha Ok, Alpha hat sich grad gemeldet Könnt ihr mal bei dem anderen schauen, ob die Wunden zu sind zumindest? Ja, ich bin dran Ja Der Sanity ist bei Bravo hier Ja Ich hab's nicht auf Ziel Ich weiß Ja, warte kurz Wir haben hier zwei Verwunderte Ich bau nen Graben Monty, kannst du mich hören? Ja, ich hör dich Das ist ein andere Medik Das ist ein Verletzter Der Rest grün Äh, wir haben höchstwahrscheinlich schwere Waffen wie HMG im Vorfeld Jawohl, gebe ich weiter Äh, Sanitierter kommt gleich Äh, Kahn Ja Alpha, äh, unter Bedrängnis Ein Mann am Boden Äh, brauchen dringend einen Medik Äh, glauben, dass sie sowas wie ein HMG oder sowas gesehen haben Ja, ich mach Yuki grad zu Negativ, negativ, nicht gesehen Audio-Kontakt, Audio-Kontakt Ah, Audio-Kontakt, nicht gesehen, sondern Audio-Kontakt Ja, okay, weitergegeben Gut, bleiben wir kurz hier um uns, ich komm nicht wieder Gefehlt? Ja Ja Aber das war irgendwas schweres, passt da auch Ja, ich seh die Bop grad, er kann sich grad mal nehmen, oder? Eieiei Ja, bist du auch cool So, ne, ich seh nur, dass das Timo hier hinbekommen Und gleich grün wieder? Ja GUT TAN! Wenn du mal schwertes bekommst, später dann sag Bescheid von uns Jo Das ist gut Äh, Camillo So, ich bin wieder grün Du bist im 16 hast du noch Ach Ach So, irgendjemand schreit noch Äh, Monty ist verwundet Böse geworden Ja Ich hab mich zwar sofort hingeworfen Ich glaub hier wird auch viel von hinten beschlossen Meinst du? Äh, geht mal Könnt ihr da vorne an den nächsten Baum rammen Dieses, dieses halb tolle Ding damit Passt auf das HMG nur Ja, ne, passt alles gut Ja, ne, passt alles gut Achtung Ja, ich hab meine Worte gedrückt Ja, ich hab meine Worte gedrückt Ja, ich kann das Augen offen halten Äh, übrigens recht von uns im leichten Rückraum Verbunden mit dem Verletztenest Kann Ja Äh, also Was ich jetzt so hören konnte Während der ganzen Aktion hier mit einem Verletzten Aus ca. 270 Äh Ein schweres MG Und da ist immer noch Feind Die schreien da immer noch ihren scheiß Vietnam Style Ja Ja, der andere schreien da Achtung Achtung Der zieht Wo senken sich kann der besser schreien Wenn der 50 schießt, schießt der auf eigene Also Korpslade Rückfall Rückfall Aufzubauen Damien Äh, bei Alpha Die brauchen glaub ich Die haben Verletzten Ja Du bist ja der Alpha-Medic, ne? Gehst du wieder rüber Aber ich hab kein schweres in den Weh gehört Doch, doch Ich hab nie gehört Okay Eigene direkt in 12 Uhr Und drückende Kraft für Speckels Ja Ich bin hinter dir So Ich hab auch die Zeit nach Bist du fertig? Hier fehlt mir die rechts vorrücken Ich hab gesagt Hier ist dann nach hinten Äh Damien übernimmt da Richtung 270 Richtung 270 Richtung 270 Oh, Juni Na? Ja Ich frag ihn nach hinten Zu Alpha Ja Oh Gott Weint parkiert links Ich seh nichts Ich seh nichts Granat A stets Ab rein Granate ist raus Soll ich Alfa näher ran holen? Ja, die sollen wir auch hier auf meine Höhe kommen, für die 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 wir haben. Blubber, 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 weiter Richtung 2, 6, 0 Grad, aufrücken auf Kahn. Ja, verstanden haben wir gerade noch eine Toilette, kommen aber dann gleich nach, hat einen weiteren Kontakt Richtung Typ B, bekämpft. Kann losgehen. Weiß nicht ob da noch irgendwas ist. Alles klar, ich gehs weiter. Ja, check. Kahn, 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 rechts, 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 Kahn, Kahn, Kahn. Äh, Trupp verarztet noch den Verwundeten und dann rücken sie sofort vor. Okay, dann halt mal hier die Stellung. Ja, ich bleib hier. Der Gegner direkt voraus. Kahn, Kahn, Alpha ist da. Ja, Kahn, Alpha ist da. Grob Richtung 2. Alpha, verstanden. Wir gehen jetzt noch... Was? Wir gehen jetzt noch ca. 10 Meter vorm Raum, zu dem Raum da vorne. Und dann... Ich glaube Alpha muss noch weiter vor. Ja, ja. Also ich sehe hier nichts. Also... Alpha weiter vor rücken. Alpha weiter vor. Wir rücken jetzt weiter Richtung 2.5.0 vor. Wir gehen jetzt weiter Richtung 2.5.0 vor. Wir gehen jetzt weiter Richtung 2.4.0. Wir gehen jetzt weiter Richtung 2.0. Wir gehen jetzt weiter Richtung 2.5. Ja. Nein, wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt weiter Richtung 3.0. Oh, die مس inte. Die sind jetzt vorne hoch. Die 1.0. Ja, hier, Monty! Ich bin hier! Ich hatte mich gerade an Alpha rangehängt. Links ist der Druck weiter vorne, ihr könnt weiter vorrücken. Bravo, rechts, 100 Meter weiter vorrücken. Soll ich Alpha auch Bescheid geben? Ne, die sind jetzt von rechts, bravo drüber. Okay. Dass sie nicht nach links schießen sollen, weil da jetzt eigene... Blubber! Blubber! Vorsicht, Feuer! Rechts von euch halten, eigene Truppen. Ja, schon gesehen, danke. Ach, Kahn ist jetzt auch hier. Ja, alles klar. Ihr habt ihr ein paar gegeben? Da vorne sind ziemlich viele Rauchwolken. Ich bin heute für mich. Da vorne sind ziemlich viele Rauchwolken. Achtung, gleich in der Kreuzen Feuerlinie. Achtung! Ja, geh mal zu Bravo bitte rüber und seitdem... Was soll ich ihnen sagen? Wir sollen auch vorrücken und bis an die Kante. Bis an die Kante. Bis an die Kante, jawoll. Gierfield! 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 Ja... Gierfield? Ja, komm her! Komm her! Ah, da! Gierfield weiter vorrücken bis an die Waldkante. Ja, wir sind gelb, wir verbinden uns und ziehen dann fort. Okay, alles klar. Ich hatte so schön eingegraben, Monty, was soll das? Alles klar, alle fit? Ja. Kahn? 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 Äh, die verarzten sich grad noch und dann geht's gleich los. Achso, Kahn ist gar nicht hier. Aber ansonsten, äh, der was auf 290 ist, nicht weiter nach rechts schießen. Ja, verstanden. Äh, Bravo geht gleich bis zur Waldkante, die verarzten noch einen und dann gehen die gleich los. Wohin? Äh, zur Waldkante. Also das, das direkt, äh, die Waldkante da, wo Bravo, äh, wie heißt der, wie heißt dieser Punkt hier, äh? Blubber! Ich bin da. Ihr könnt auch schon mal vorrücken bis an die Kante. Okay, check. Haltet dann Sicherungen links vor allen Dingen. Ja, check. Monty, kommst du hier mit mir? Ich bin bei dir, ja. Gut, MG aus der Freifläche Richtung, entkühlt West West. Ich will da nicht durch. Es raucht hier aber ziemlich. Aber ich glaub, du musst hier einen Bericht dann fertigen, oder? Dahinter klärt's wahrscheinlich auf, nehm ich mal an. Wenn da Napeln wo sowas runtergegangen ist. Ja, du übernissen. Ja. Äh, bravo ist wie gesagt noch am verarzen. Kann? Ja. Kann man da zusammen rein, oder? Ja, wir müssen da wohl durch. Kommt näher ran, baut rechts eine Linie auf. Kanadropi herziehen. Blubber? Ist das Bravo hier? Nee, bravo ist rechts noch von uns. Ja, check. Blubber bau links von Yuki eine Linie auf. Wir gehen hier geschlossen, nah beieinander vor. Durch die Falle. Ja, übrigens durch dieses scheiß Gras. Wir bleiben nicht lange hier, ne? Wir gehen weiter nach rechts verschieben. Wir bauen jetzt hier eine Linie auf. Wir gehen durch das freie Welt in der Linie. 2, 4, 0. Ja, 2, 5, 0. 2, 5, 0. 2, 5, 0. 2, 5, 0. 2, 5, 0. 2, 5, 0. Hier liegen jede Menge tote Zivilisten. Und ihr werft noch Granaten rein. Ja. Jetzt haben wir keine freundlichen. Gleiche Richtung, noch zwei Pfeile. Ja, okay. Das ist nicht die Kommenz hier? Die Bauchmisse da oben sein, ne? Ja. Wo oben da sitzt der? Direkt der Einzel der Bauchmiss, da kannst du hinzeigen. Direkt oben auf der Hügelkante siehst du von deiner wahrscheinlich nicht. ja dann kommen wir hier mal jetzt so kann er anbauen da kannst du das mg festhalten doch den baum davon bekämpfen genau lassen die schulde auflegen perfekt einfach zehn das geht nicht erkennt dass er kennt automatisch dass du das gewehr so hält darf ich ja weiter links ich schieß doch gar nicht hallo es ist nicht immer der neger doch da steht aber noch einer der versorgt sich glaube ich gerade obendrauf vorsichtig feuer links tiefer tiefer ja so ist gut ein bisschen links noch er schießt noch der kommt von halb rechts und andere da läuft es gerade weg läuft unten noch wer aber da recht vom bau war doch ein tivi kann ansonsten nehme ich meinen teildruck mal das ist genau hier und dann gehen wir schon mal dann sammeln mg vor monti hinterher es geht in die richtung einfach rechts an der seite ich hab bei mir das ist anders weißt du wo bist du ach da ja blutdruck ist gerade noch mal ein bisschen abgefahren ich bin jetzt gerade angeschossen jetzt gerade im moment hier ich habe keine hohe tür mehr ich kann nichts mehr machen wir warten ja 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 schieß weiter ich gucke mit einem russ ich nehme ein magazin wir sind weiter weg dann gib mir meinen äh meinen m6 wir rücken jetzt davor und einen und dann machen wir munition nach vorne was das dick doch da vorne im m6 ja eineinhalb magazine ja perfekt ja ich will noch kurz blick auf den abweg ok so eine scheiße hier jetzt können wir es gut abschätzen ich sehe nicht mal was dann kannst du los er wird aber wir kommen definitiv hart beschuss rein ja problem ist durch die scheiß holz hast du noch ein magazin ich sehe nicht mehr auf du hast es ok behalte sie komm das ist das letzte video das schaffen wir noch ach das ist im 16 hab ich im guten gut hier fehlt ja hier rechts welche richtung schießt du richtig schon petrovski äh wir haben aber kaum noch munition noch ja macht den der zivilisten halt schon wieder ach schießt auf alles was sich bewegt scheißegal petrovski einmal unterdrückungsfeuer auf 0 3 0 0 in den wald rüber rein und die da bleiben ich mit kana ungang bunker jawohl ei ei und ich bleb äh bin auch mit bei euch ja ok wie viele schuss hast du noch ach hast auch noch was also ich bin jetzt bei letzten irgendwie 40 schuss oder so wo ok noch äh zwei magazine und davon sind zwei fast down ja naja ich hab ein magazin voll und eins ist irgendwie noch fünf schuss drin oder so ich hab noch zwei und ein magazin mit einem einzelnen schuss kommt das dann weg lad ich das noch nach aussehen ja wäre ja nichts gewesen hm 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 ok äh g4 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 g5 sup g4 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 9 k3 g4 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 Das hast du noch für Trollsky? Ja. Wird gleich wieder. Ich hab das. Das war ein Magazin. Okay, dann nur nicht das drin. Das ist raus. Oder das ist dein zweiter. Lass die ihr bis endlich mal zumachen, was man euch macht. Hier in den Bunkern liegt noch ein M&G. Ich bin gerade kurz davon mit Granate. Das ist voll im Magazin. Ja. Das ist eine Dual-Dish-Cat. Ja. Das macht sie sympathisch. So. Okay, alles klar. Ich bin rechts weiter. Ich geh zu Bravo. Sehr eifert. Oh, ich bin nicht mehr zugeteilt oder was? Ich bin auch noch mit bei dir. Okay, Monty, ein M&G besetzen. Du musst sein Tor so flicken. Jawoll. Du musst kurz sein Tor so flicken, Yuki. Petro, du sicherst sie weiterhin und wir gehen da jetzt ganz langsam vor. Monty, passt bitte auf ohne mit dem Ding hin. Ja, warte, ich muss erst mal gucken, dass ich an das Ding reinkomme hier drauf. Du musst von außen da rein. Ah, nee, ich hab schon, ich hab schon. Ein bisschen einfacher Kratzer, ne? Ja, alles gut. Alter. Alter. Ich würd sagen, wenn wir leer sind, wird das Messer in die Hand genommen. Soll mal die Mercer springen? Soll die Mercer springen? Soll die Mercer springen? Nein, das ist nicht super. Kana! Kannst du mich kurz nähen? Nee, haltet mal hier die Stellung. Ich dachte eigentlich, die eigenen haben den Nieder auch gesehen, die anderen, aber irgendwie... Soll ich kurz rüber springen zu einer anderen Truppe, oder? Naja, ich kann nicht nähen, leider. Kann? Was meinst du? Soll ich eben rüber... Oh, fuck! Nice! Ich hab kein Damage bekommen. Ich will jetzt auf das Niederbrennen, ganz ehrlich. Verlootet noch jemand. Truppe ist da! Mhm. Die Jungs waren etwas überrascht, dass das Ding hier genommen ist. Haben wir es geschafft, oder? Na, bravo halt, ne? Und das sogar mit dem Schwarzen im Trupp. Gut, einmal auf der, äh, das ist, Nordseite der Hütte sammeln, sodass wir sprengen können, damit wir die Mörser noch sprengen. Ja gut, du bist ja wunden. Damian, ich brauch mal ne Nadel und nen Faden. Kein Problem. Ich will lieber hinter den Baum. Ich glaub, ich bin auch noch verwundet. Ich glaub, ich werd näher. So, dann jag ich den Spaß mal in der Luft. Jo, kannst. Ah, kippt der Minister. Wie sieht dein Munitionsstatus aus? BAM! Meinst du mein? Ich geh mal raus, wie das aussieht. Ich hab kein M16 Munition, aber ich hab noch meine Pistole. Alles klar, ich hab noch ein Magazin, dann. Das ist aber nicht von dir. Äh, ich hab selber grad vom Lieutenant bekommen. Das ist aber ne komische Waffe, die du da hast. Hübsch, oder? Die ist die Gondor. Jawoll! Ich kann doch sagen, wir brennen alles nieder. Brennen alles nieder. Ah, das ist doch so's.